Michael David Adamtweite ist ein kanadischer Synchronsprecher und Schauspieler. Leben Adamtweite ist in 1990er Jahren als Synchronsprecher und Schauspieler tätig. Er synchronisierte zahlreiche Rollen in japanischen Anime-Serien. Seit den 2000er Jahren ist er auch in Fernsehserien und Filmproduktionen zu sehen. So trat er unter anderem in Filmen wie Watchmen, Die Wächter, Saka Punch, Red Riding Hood, Unter dem Wolfsmond, Horns oder Wenn ich bleibe auf. Er lebt in Vancouver, Filmografie, 1995, Der Kleine Lord, 1996, Hanna Yuridango, 1999, Mero Tiransa, 2001, Seven Days Das Tor zur Zeit, 2001, American High Hier steigt die Party, 2002, Cold Squad, 2002, Just Cause, 2002-2003, Gundam Seed, 2002-2003, X-Men Evolution, Die Mutanten, 2002-2003, Jeremia, Krieger des Donners, 2002-2004, Stargate-Kommando SG-1, 2003, Sniper, Der Heckenschütze von Washington, 2003, Word of Honor, 2004, Walking Tall auf eigene Faust, 2004, Kingdom Hospital, 2004, 10,5, Die Erde bebt, 2004, The Wild Geist, 2004-2005, Kido-Senshi Gundam Sea Destiny, 2005, Dragons 2, The Metal Ages, 2005, Chaos, 2005-2006, Transformers, Cybertron, 2006, Flight 93, Todesflug am 11. September, 2006, Entaktike, Gefangen im Eis, 2006, 22 Hands, 2006, Lesser Evil, 2006, Like Mike 2, Streetball, 2006, A Girl Like Me, The Gwen Arrow Joe Story, 2006, Die Geheimnisse von Whistler, 2006, Ambas Story, 2006, Leben und Lassen, 2006, Black Christmas, 2006, Black Lagoon, 2006, 2006, 2006, 2006, Death Note, 2007, Dragon Boys, 2007, 88 Minuten, 2007, The Sandlot 3, 2007, Walk All Over Me, Liebe, Latex, Lösegeld, 2007, Sword of a Stranger, 2008, El Change the World, 2008, Next Avengers, Heroes of Tomorrow, 2008, Die Feuerspringer, Sie kennen keine Angst, 2008, zu 2009, Pizza Replayten, 2009, Kick Me Down, 2009, Hulk vs. Thor, 2009, Washman, Die Wächter, 2009, Heart Riot, 2009, New Moon, Bis zur Mittagsstunde, 2010, Smokin' Aces 2, Assassin's Ball, 2010, River World, 2010, Concrete Canyons, 2010, Repeters Tödliche Zeitschleife, 2011, Behemmes Monster aus der Tiefe, 2011, Saka Punch, 2011, Red Riding Hood unter dem Wolfsmond, 2011, Final Destination 5, 2011, Toa E.M.A.T., 2011, Schwerter des Königs Zwei Welten, 2011, zu 2012, Iron Man, Armored Adventures, 2011, 2011, zu 2015, Ninjig, Masters of Spin Jitsu, 2012, Big Time Movie, 2012, Maximum Conviction, 2012, The Wishing Tree, 2013, Fist of Fight, 2013, The Marine 3, Homefront, 2013, Horns, 2013, The Mystery Cruise, 2013, Heads of Toa Christmas, 2014, The Virginian, 2014, Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück, 2014, Wenn ich bleibe, 2014, Stranger Appier, 2014, The 100, 2014, Skin Trade, 2015, Barbie in Princess Power, 2015, The Hollow, seit 2014, Nerds and Monsters.